Und damit hallo und herzlich Willkommen zu einer Runde Evolve. Hallo. Hallo. Yay. Mit dabei ist ein kompletter Clan. Ja, what's up? Oh fuck. Fick dich Basti! Boah! Nein, Teamwechsel. Nein, geh raus. Nein. Nein, jetzt ist zu spät. Jetzt bist du Monster. Ach, danke. Bitte. Ich will kein Monster sein. Also, ich spiel ne Runde Monster. Wir spielen ne Runde Jagd auf der Destillerie. Ich spiel ne Runde einfach für ihn rum. Genau. Also, wir werden gucken. Also, Leute, wir müssen uns einigen, wer was spielt. Spielen was, was frei ist. Keine Ahnung. Ja, Assault. Ich bin eigentlich auch Assault, aber ich nehme vielleicht zu Notfall auch so Sporte. In dem Trapper. Also, für die, die nicht wissen, wie Evolve funktioniert, es gibt ein Monster, das werde ich spielen. Und ich werde von fünf Jägern gejagt. Vier. Stimmt, vier. Kommt drauf an, wenn ihr noch ein Haustier habt, dann sind es fünf. Ah, ja. Nee, dann sind es vier Jäger und ein Hund. Und, äh, jedes Monster, so wie jeder Jäger, hat unterschiedliche Fähigkeiten und bei den Jägern gibt es auch nochmal vier Klassen. Den Heiler. Ich glaube, das ist selbst erklären, was der macht. Den Assault? Den Assault, das ist quasi der Damage Dealer. Auf kurze Distanz? Medium Range, teilweise. Ja, Medium Range, mit deiner Zweitwaffe. So. Dominic! Ich kann jetzt Monster wählen und weiß überhaupt nicht, was ich nehmen soll. Dominic! Du bist doch frei. Willst du Magic spielen, oder? Danke. Ich widerstehe auch mein... Du weißt, dass ich Magic der schlechteste Magic, wenn du das je gesehen hast? Mal gucken. Ich bin mir. Ich wüsste, welches Monster du bist, das ist leichter, den Mathebrot zu spielen. Ich habe Geist, oder... ...mit. Marvin, welches Monster du bitte wohl spielen? Hm, Benemoth. Dafür ist eigentlich der Charakter hier am besten geil. Oh Mann, was brauche ich hier? Was ist ganz wichtig eigentlich? Naja, aber Kevin kann sich nicht entscheiden, was er nimmt. Könnte mich entscheiden. Das war so klar, das war so klar. Nee, das ist gut hier. Naja, das war klar, dass er den nimmt. Wieso den? Kann nicht beim letzten Mal. Weil ich wie gesagt habe, dass er den einnimmt. Weil ihr alle auf ein anderes Monster getippt habt. Und ich finde das voll sexuell. Ich nehme mit 300 frames per second auf. Ich habe gerade 1200 FPS. Aber nur im Lade-Screen. Aber nur im Lade-Screen. Aber nur im Lade-Screen. Jetzt habe ich auch im Lade-Screen. Jetzt habe ich auch im Lade-Screen. Okay, ich bin bei knapp 70, aber das ist alles in Ordnung. Ich habe nur 60. Ich habe nur 60. Aber hier habe ich auch extra eingestellt, dass ich nur 60 habe. Ich habe nur 60. Aber hier habe ich auch extra eingestellt, dass ich nur 60 habe. Oh, wie gemein. Das müssen wir nicht wissen, Leute. Das ist richtig okay, wenn man gewinnt, kann man nichts mehr riechen. Okay, das ist echt mies. Also muss ich unbedingt gewinnen. Ja, scheiße. Da versuchst du halt heile Pflanzen. Geil, ich back schon wieder im Boot. Ich back schon wieder im Lufthai Kevin. Ich sehe dich. Ja, super. Da läuft der. Back da so, dass du durch die Wände gucken kannst. Nein, ich bin schon mit der Waffe ausgerüstet, kann die Waffe schon schießen. So einen scheiß Back in der Luft. Oh ja, ich sehe das. Du kannst dich schon schießen und so. Was hast du denn? Das ist eigentlich immer nur du. Loll. Guck mal auf Pasty, der kann schießen. Ja, ich hab den Bug, ich hab ne Maus im Bild. Hallo, ich gehe das Wurzai. Okay, ich gehe das Wurzai. Ich gehe das Wurzai. Ich gehe das Wurzai. Ich hallo. Ich gehe das Wurzai. Hallo. Was? Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich aufgrund des Bootcamp oder wo lang. Hallo. Ich bin unten. Doch, wo ist die Wurzai? Merkamp, nein, schon, wo ist Daisy? Hier, hier, hier. Tilla. Da oben. Oh, scheiße. Okay, ich bin vorgegen. Warte, einfach Daisy nach. Wo ist Daisy? Äh, Daisy. Okay, da oben. Daisy sprach ich grad rum. Daisy. Nein, da hinten fragt Malcolm. Er ist eh da hinten. Schlecht, eh, die Vögel aufzuschreiben. Was mein ich mal? Die Vögel kommen automatisch. Wenn du zu viel frisst, ja. Das war nicht viel. Wenn die Leichen zu lang liegen bleiben. Kevin, was vielleicht noch mal erzählen solltest, dass, äh, dass du isst, damit du dich entwickelst und sowas. Ach so, ja genau. Ich muss fressen, um mich zu entwickeln. Damit du stärker bist. Ja, jetzt zieh meine Maus die ganze Zeit im Bildschirm. Du hast auch die Maus im Bildschirm gut. Das hab ich auch. Ah ne, jetzt ist es weg. Du musst ins Team mit Tappen in dir gehen, dann geht's weg. Na, super. Hier vorne ist er. Da ist er. Einsperren, einsperren, einsperren. Ich bin aber kein Ripper, deswegen. Ja, das ist weit weg. Alter, wie nah seid ihr denn? Ich hab von hundert Kilometern auf dich beschissen. Das darfst du niemals vergessen. Wenn Make-up-Crap spielt, ist er penetrant. Wo ist er denn jetzt? Da! Ich hab dich doch extra mal geildet. Du bist da. Bum, der Gangshot. Ich bin nicht in der Nähe. Ja, und ich kann auch nicht schnell so gerade. Ich geh grad in der Höhle rein. Alter, was hat er denn? Oh, wie schnell ist er denn? Schnell, ich nutze meine Fähigkeiten halt mit. Alter, so, um mir übrigens zu sagen, jedes Monster ist alle, alles nix drin schon. Alle sind so verkackt schnell. Da bin ich beinahe in der Fleischfluss mit Franz reingelaufen. Ich hab auch so ein Bild, die davon laufen. Ja. Hier in die Richtung irgendwo. Ja, was? Die bist doch schon voll. Na, bin ich nicht. Alter! Ja, da vorne ist er. Ich hab ihn markiert. Wo hast du ihn markiert? Ich seh ihn nicht. Ja, da drin. Drohne. Da hinten. Er ist drin. Ja, er ist drin. Er versucht mich grad zu penetrieren. Ja, ich bin nicht klar. Sorry. Ich hielt hier schon mit meiner Drohne. Komm zu mir, Meckel. Zu mir. Alles gut. Alles gut. Ich greif mich an. Von Medic. Ich seh ihn nicht mal. Lass doch mal ein Laser drin stehen. Oh, wir haben auch hier diese andere FIFA sind gerade abballert. Ja, er kommt nicht hoch. Ja, pack dich halt fest. Er kommt nicht hoch. Ja, dem Bug halb ich aber beim Chatfix. Ich glaub. Was ist der? Hier hoch. Der ist schon abgehauen, Alter. Ich komm gleich nicht hoch bei mir. Wie ist der? Komm schon. Spiel. Block nicht weiter. Maren, gib ihm mal die Heilbrune. Was? Ja, warte. Ich muss alle heilen. Achtung. Ich hab weiter weg. Steht ja gleich hier vorne. Warum seh ich teilweise nichts mehr? Weil wir im heißen Nebel sind. Teilweise sehen wir auch nichts. Boah, Alter. Boah. Da ist ein Abgase gewesen. Da war ein Nebel. Da sehen wir auch nichts. Das liegt nicht an dir. Das liegt an der Umgebung. Nein. Da, da, da. Nein, das ist er. Leute, ich brauch Hilfe. So, wo bist du? Mich hat ein hartes Monster angegriffen. Nein, der ist noch eins. Ähm. Ich bin nicht sterben. Ich bin am Ende. Tja. Wo ich bin. Wieder weit weg von uns. Da hinten. Da hinten ist er. Ja, der ist wieder weit weg. Wir sind direkt neben uns, Kevin. Falls du mitkommst. Leute, ihr dürft das nächste Mal nicht so schnell. Ich muss ja irgendwie einfangen. Das ist unerwartet passierend. Und nicht, dass ihr alle schon aus tausend Meter Entfernung hier aufballert. Da liegt ja nichts. Basti! Das Ding hat mich auch richtig auf die Nerven gegangen. Danke. Da vorne. Na. Ist ja nicht so, als würde ich hier, ich versuch doch hier. Aber es war schon mal gut, dass ihr mindestens etwas Schaden angeht habt. Ich hab schon Gegner gehabt, die haben wir nicht mal gefunden, weil meine Treffer so schlimm waren. Achievement. Tak. Nein, nein, der ist unten. Der ist unten. Oh, sowas kann man auch nur machen, wenn man vier kommt, vier kompetente Leute hat. Oh, er ist reißen. Ab ihn. Gut, gut, gut. Ich versuch dir zu helfen. Ah! Geht dran, geh weg! Oh, oh! Ah! Ist er? Ist er? Ist er? Die Drohne kommt schon! Oh, wo ist er? Ich komm da nicht hin! Ah, ich bin tot. Marvin. Ah, okay. Der ist mir. Der ist mir. Der ist da! also du brauchst du bist schon wieder ich hab den weg runter nicht gefunden alter das windleben kotzt mich an hier ist er so ich markiere ich musste gerade passen weil ich nicht so weit weg dann habe ich den weg nicht gefunden da oben mein spiel hast du einfach geschlossen warum? da oben oder da unten mein spiel hast du nicht geschlossen bei der ist sie direkt bei der ist sie hast du nicht runter gemacht oder geschlossen komplett geschlossen geile sache der schließe ich habe das neu kann ich denn noch beitscheiden? ja ja au nein 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 das abdammt ich habe mich an der der ich hätte mich wieder ohr und und war fertig gewinne eine Runde im Jagdmars mit einer Partie von vier Spielern was kriegen wir jetzt ich glaube Aber ich glaube, dass sie nicht überall auf der Map verteilt. So eine stellenweise. Wie return ich jetzt? Ey, ich lade hier ein. Das erste Runde lief nicht gut. Oder so wie es aussieht, ist es doch die ganze Map. Okay, jetzt muss ich die halten. Zieht aber einen großen Teil, so ziehst du gar nicht. Ich halte jetzt was viel zu stark. Ja. Du wirst jetzt ein. Geil. Oh, ne. Basti ist raus. Danke Dominik. Also, ein bisschen warten. Einfach mal die Zeit ausreizen, wie man hat. Der war stärker. Make him see. Er gained zu. Der war stärker. Einen groen. Der war stärker. Er war stärker. Er kann nicht in Br OT. Er kann das nicht mehr. Auf rechen. Auf rechen. Er hat er Academy gesehen. Vielen Dank.